Herzlich willkommen zu dieser Plugin-Vorstellung des Advanced Friends Systems. In diesem Video möchten wir euch das Plugin genauer vorstellen und alle Befehle und Funktionen erklären, aber auch die Besonderheiten dieses Freundesystems zeigen. Warum ihr genau dieses Freundesystem für eure Minecraft Server verwenden solltet, werdet ihr im Verlauf dieses Videos schon sehen. Beginnen wir mit der Installation des Plugins, die wirklich sehr, sehr einfach ist. Nach dem Download des Plugins von der Spygood Website, der Link ist übrigens in der Beschreibung, zieht ihr die Advanced Friends System.jar Datei einfach in den Plugin-Ordner eures Minecraft Servers. Nach dem Start bzw. dem Neustart des Servers haben sich mehrere Einstellungsdateien erstellt. Diese sehen wir uns mal genauer an. Beginnen wir mit der Config.jml. Die Prefix des Plugins ist frei veränderbar und wird vor jeder Nachricht angezeigt, die mit dem Freundesystem zu tun hat. Ist die Option Show World in FL auf True gesetzt, so wird später im Freunde-Menü neben dem Spieler seine aktuelle Welt angezeigt. Dies ist vor allem für Servers sinnvoll, die das Plugin Multiverse verwenden. Friend Item bestimmt, ob der Spieler beim Betreten des Servers ein Item zum Öffnen des Freunde-Menüs in GUI-Form bekommt. Und hier wären wir bereits bei der ersten Besonderheit des Plugins. Wir bieten euch eine komplett kostenlose GUI, die euch eine Übersicht über eure Freunde am Server gewährt. Friend Item Slot steuert, in welchem Platz des Inventars sich das Item befinden soll. Wie ihr euch schon denken könnt, ist Friend Item Name für den Namen des Items im Inventar verantwortlich. Mit Friend Item Lore ist die Beschreibung des Items im Inventar veränderbar. Und zu guter Letzt, Remove Friend Name ist der Name des Items zum Freunde entfernen. Dies zeigen wir euch später noch etwas genauer. In der Language.jml Datei ist jede einzelne Nachricht des Plugins frei veränderbar. Zu Friend Items.jml Datei kommen wir etwas später noch zurück. Nun möchten wir euch das Plugin in der Praxis vorstellen. Wenn ihr auf euren Minecraft Server joinet, solltet ihr bereits das Friend Item bekommen haben. Schauen wir uns zuerst die Befehle an. Mit Slash Friend bekommt ihr eine Übersicht über alle Befehle, die im Plugin enthalten sind. Die Befehle ausprobieren, überlassen wir gerne euch. Mit Slash Friend 2 seht ihr die weiteren Befehle, die noch im Plugin enthalten sind. Wenn ihr mindestens einen Freund hinzugefügt habt, könnt ihr nun die GUI öffnen. Direkt werden euch alle eure Freunde am Server aufgelistet. Klickt ihr auf einen, öffnet sich ein weiteres Inventar. Ob der Spieler online oder offline ist, ist ganz einfach zu erkennen. Der Kopf gibt euch nochmals Informationen über den Spieler und der rote Keramikblock ist dazu da, den Freund zu entfernen. Das Menü ist relativ langweilig, oder? Wäre es nicht cooler, wenn ihr eure eigenen Funktionen hinzufügen könntet, wie zum Beispiel Party einladen oder Clan einladen? Und nun sind wir bei der nächsten Besonderheit dieses Plugins. Denn genau das könnt ihr mit diesem Plugin machen. Wie genau das funktioniert, erklären wir euch nun. Öffnet dazu die vorhin erwähnte FriendItems.jml. Habt ihr das gemacht, findet ihr direkt ein voreingestelltes Item. Dieses ist allerdings deaktiviert, weswegen ihr es vorher nicht im Freundesmenü vorgefunden habt. Markiert nun alles und fügt es unterhalb ein. Ihr könnt das Item nun frei konfigurieren. Ich werde nun zum Test ein Item erstellen, mit dem man dem Spieler OP geben kann. Ich verändere dazu den Namen, das Item, die Beschreibung, die Inventarposition und natürlich den Befehl, der ausgeführt werden soll. %TargetProzent wird später dann vom Plugin zum Spielernamen des im Freunde-Menü ausgewählten Spieler geändert. Wichtig ist, dass ihr am Ende die Option Activated auf True gesetzt habt. Nach dem Speichern der Datei könnt ihr nun den Minecraft-Server betreten. Eure Änderungen werden übrigens ohne einen Reload übernommen. Nun müsste das von euch konfigurierte Item im Freunde-Menü angezeigt werden. Bei mir hier sollte der Spieler nun zum Operator ernannt werden. Wie ihr seht, funktioniert's. Und so könnt ihr noch viele weitere eigene Items konfigurieren. So könnt ihr beispielsweise auch ein Item erstellen, mit dem ihr Spieler in euren Clan einladen könnt. Wir möchten euch zum Ende dieser Plugin-Vorstellung darauf hinweisen, dass das Plugin in jeder Minecraft-Version ab der 1.8 benutzt werden kann. Allerdings ist zu beachten, dass die GUI erst ab Minecraft-Servern mit der SpyGrid-Version 1.14 benutzt werden kann. Seid ihr überzeugt von diesem Freunde-System? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch dieses Plugin kostenlos von der SpyGrid-Website herunterladen würdet. Der Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr diese gerne auf der SpyGrid-Website oder einfach unter diesem Video hinterlassen. Über Kritik und positive Wertungen auf SpyGrid und auf YouTube würden wir uns sehr freuen. Und in dem Sinne, ciao, ciao!